Lieber Herr Faltin, ich bin sehr froh, hier zu sein. Es ist für mich tatsächlich eine Vorbereitung auf eine Zwischenbilanz, die ich als Buchform zu meinem 50. im nächsten Jahr ziehen möchte. Tatsächlich möchte ich mit Ihnen teilen, meine Geschäftsprinzipien und meine Laufbahn als Unternehmer und Professor. Aber Unternehmer steht bei mir klar im Vordergrund. Ich habe nur noch eine Viertelstelle und auf diese Reise möchte ich Sie mitnehmen. Ein Kollege in Worms sagte mir mal vor drei, vier Jahren, ein Dekan, mit dem ich befreundet bin, etwas jünger, nicht viel jünger, lieber Kollege Otte, bei Ihnen ist das alles so einfach, das glückt alles. Sie sind in den Medien und das geht so locker voran, kann ich Ihnen sagen, lieber Kollege, weil wir waren nichts einfach, gar nichts. Ich habe so oft tief in der Scheiße gesteckt, Entschuldigung, das war richtig dicker Mist manchmal. 1994 mit Pauken und Trompeten bei der Bertelsmann gekündigt worden, bei der Bertelsmann Stiftung. 96 ein Hörsturz, die Freundin war weg, die Doktorarbeit noch nicht fertig, das Geld wurde knapp, ich musste Immobilien verkaufen. So, da habe ich irgendwann mich ins Flugzeug gesetzt und tatsächlich die Doktorarbeit fertig gemacht. Und dann musste ich einen Job finden, der war dann bei einem amerikanischen Beratungsunternehmen. Das war das eine Jahr Festanstellung in meinem Leben. Da bin ich dann nach einem Jahr gekündigt worden mit Pauken und Trompeten, so richtig amerikanisch. Also, Sie kommen rein und ja, Max, man duzte sich da, aber das konnte man sich trotzdem kündigen, das ist ja klar. Ja, Max, du musst jetzt gehen und dann durfte ich tatsächlich meinen Schlüssel abgeben, so wie man das kennt. Also, zwei, drei Dinge vom Schreibtisch nehmen. Ich habe das dann genossen, weil ich das schon gesehen hatte. Ich versuche ja Dinge zu sehen, die andere nicht sehen. Also, ich hatte das schon gesehen und habe dann das noch genossen, habe eine Stunde lang mich bei allen verabschiedet, mein Vorgesetzter hinter mir als Wächter, dass ich auch nichts Falsches sage und dann war ich da raus. Dann die Idee zum jetzigen Unternehmen im Jahr 98, drei gescheiterte Joint Ventures, acht Rechtsstreite. Also, ja, es hat ein bisschen gedauert, bis ich da war, wo ich bin. Und noch im letzten Jahr zwei knallharte Auseinandersetzungen im Geschäftspartnerkreis, die bei mir tatsächlich kurzfristig bis zu einer Gelenkathritis geführt haben. Die ist abgeklungen. Jetzt dürfte der weitere Weg klar sein, aber ich will Ihnen damit sagen, einfach ist Entrepreneurship nicht. Aber es ist natürlich die beste Sache der Welt, wenn Sie es wirklich wollen. So weit, so gut. Mittlerweile sind das, es waren im letzten Jahr drei Unternehmen. Von einem habe ich mich getrennt, was ich ungern getan habe. Den Exit mag ich nicht so, da habe ich deutsche Geschäftsprinzipien, wenn man was aufbaut, dann möchte man es auch behalten und zum Erfolg führen und auch dabei bleiben. Aber in dem Fall war eine Trennung sinnvoll und dann habe ich mich da getrennt. Und jetzt sind es noch zwei Unternehmen. Die Privatinvestor-Verwaltungs-AG in der Schweiz mit vier Professionals. Heute würde ich nicht mehr in die Schweiz gehen. Ja, das war damals so, dass der Bankpartner in der Schweiz saß und der wollte den Vertrieb machen und ich sollte eben die Aktienselektion machen. Und das war vor sechs, sieben Jahren. Und da war das ganze regulatorische Umfeld noch anders. Heute sind die Regeln in der Schweiz so extrem, dass es ein Wettbewerbsnachteil ist. Und wir wollen uns an die Regeln halten. Wir wollen natürlich saubere Arbeit leisten. Also heute würde ich in Deutschland gründen, dieses andere Unternehmen. Das ist also die Vermögensverwaltung und das Fondsmanagement, also die Fondsberatung, die Aktienanalyse. Und in Deutschland ist es ein Finanzverlag mit Börsenbrief und einigen angegliederten Dingen. Zusammen so zwölf Professionals und gut zwei Millionen Euro Umsatz. Das ist also jetzt noch nicht gigantisch, aber schön profitabel kann man auch von leben. Unternehmer sind Besessene. Denken Sie an die Sache mit Henry Ford, der erst irgendwo angestellt war und dann raus ist und fast pleite war und dann irgendwann die Idee zum Fließband hatte. Die kommen immer wieder auf ihre Idee zurück. Die treibt eine Idee. Natürlich kann man mehrere Ideen haben, mehrere Dinge zur Reife bringen. Aber ich glaube, letztlich die wirklich erfolgreichen Unternehmer haben sich irgendwann auf eine Sache konzentriert. Denken Sie an Steve Jobs, der nun Apple I gegründet hat, kann man sagen. Also er war ein bisschen Serial Entrepreneur, ist dann ja mit Pauken und Trompeten ausgeflogen. Hat sich an Pixar beteiligt. Pixar war eine gute Sache, aber dazwischen kam Next. Next war ein gigantischer Flop und dann hat Steve Jobs Apple II gemacht. So, also das sind solche Laufbahnen. Ich meine, das sind natürlich, das ist der Mount Everest des Entrepreneurships, das ist auch klar. Aber das sind natürlich Sachen, von denen man schon lernen kann. Der Mann hat quasi seine Vision immer weiter verfolgt, hat nicht tausend Dinge versucht, hat sich fokussiert auf diese eine Geschichte in verschiedenen Abwandlungen natürlich. Also Steve Jobs da sicherlich als ein Beispiel. Nehmen Sie die immer noch reichste Familie der Welt oder der USA, die Waltons mit ihrem Walmart. Sam Walton hat dieses Ding gemacht und er hat es 40 Jahre lang gemacht und mit Begeisterung gemacht. Und deswegen ist das auch ein gigantisches Vermögen. Bill Gates macht Microsoft. In Deutschland, unser reichstes Brüderpaar, einer ist jetzt verstorben, die Aldis, haben das auch ihr ganzes Leben gemacht. Also natürlich kann man viele Ideenkinder in die Welt setzen und auch einige davon zum Erfolg bringen. Aber meine These ist, dass die ganz Großen sich wirklich auf eine Sache fokussiert haben und besessen sind. So, diese beiden Unternehmen, so wie sie jetzt stehen bei mir, beschäftigen mich schon hauptsächlich. Ich bin noch zu einem Viertel am Institut für Management und Entrepreneurship der Universität Graz mit einer ordentlichen, aber eben auf ein Viertel begrenzten Professor. Mehr geht nicht mehr. Und dann muss man sich irgendwann entscheiden, was man primär ist, finde ich zumindest. Oder sagt auch Hermann Simon, der ja als Unternehmer auch sehr erfolgreich war und die Simon Kuchen Partner gegründet hat mit mittlerweile 400 Professionals. Irgendwann hat er seine Professur an den Nagel gehängt und lehrt jetzt hier und da nochmal, aber hat sich auf dieses Unternehmen konzentriert und hat auch etwas richtig gemacht. Er ist mit Anfang 60 jetzt aus der Geschäftsleitung ausgeschieden und ist in den Aufsichtsrat gewechselt. Das muss dann auch sein, sich selber da so zu takten. Ich möchte Ihnen noch kurz, ich bin bis Mittag da, also Sie können mich noch ansprechen, möchte Ihnen noch kurz meinen Partner vorstellen, Herrn Bender, mein Partner in Berlin. Falls Sie noch weitere Fragen haben und ich bin nicht da, dann stehen Ihnen Herr Bender sicher auch zur Verfügung. Besten Dank, jetzt haben Sie ihn gesehen, er ist den ganzen Tag da. Noch was da, dies für mich auch ein First ist, ein Experiment. Habe ich jetzt keinen extremen, ich habe Ideen, die ich Ihnen biete, werde ich gleich sagen. Keinen extrem ausgearbeiteten Vortrag, aber es kommt ja ein Buch dazu raus und das ist jetzt der Startschuss zum Buch. Wenn Sie mir also Ihr Ticket schicken in einem Jahr, dann bekommen Sie das Buch nachgeliefert, wenn Sie mir Ihr Ticket zu diesem Event schicken. Der Vortrag heißt Geschäftsprinzipien, Umsetzung und Lehren für junge Entrepreneure. Lassen Sie mich die sieben Thesen, die ich dann durch meine eigene Tätigkeit beleuchten will, kurz vorab sagen. Einmal mit Warren Buffett, wähle den Job oder das Unternehmen, das du gewählt hättest, wenn du bereits reich wärest. Unglaublich wichtig. Mache nichts, nur weil du glaubst, damit Geld zu verdienen. Das führt wahrscheinlich in die Sackgasse. Ich habe das gemacht als Unternehmensberater, auch als Unternehmensberater für Ministerien. Ein Jahr lang habe ich das Bundeswirtschaftsministerium 97 noch in der Restrukturierung beraten. Ich habe 90 als 26-Jähriger die Entwicklungshilfebehörde der Vereinten Nationen umorganisiert als Projektleiter. Klingt gut, sind aber zumindest für mich total langweilige Sachen. Kästchen malen, mit den Beamten dort sprechen, kleinste Veränderungen anstoßen. Also ist nicht mein Ding. Aber ich habe das dann gemacht und wenn Sie einmal, das kam so, bei einer Bank hatte ich schon Praktikum gemacht. 87, 88, ich habe 89 fertig studiert. Und dann wollte ich nochmal in die Beratung. Da war ich bei Kienbaum in Düsseldorf und die hatten gerade einen Rann, was Ministerien anging. Klingt gut. So, da war ich da in dem Bereich drin und dann haben sie den Stempel erstmal weg. Den Stempel hatte ich dann sechs bis sieben Jahre weg, bevor ich mich aus diesem Loch wieder rausgegraben habe. Ja, ach ja, Unternehmensberaterung ist auch ganz gut, machst du das auch mal. War falsch. Hätte mir überlegen sollen, was willst du wirklich, was macht dir Spaß. Wähle den Job oder das Unternehmen, das du gewählt hättest, wenn du bereits reich oder unabhängig, finanziell unabhängig wärst. Klingt natürlich nicht so einfach, ist auch nicht einfach, aber es schafft ungemein Klarheit. Zweitens, kenne dich selber und als Ableitung davon belüge dich nicht selber. Das hat bei mir in mancher Hinsicht bis weit in mein viertes Lebensjahrzehnt gedauert. Ich entdecke immer noch Dinge an mir, die ich noch nicht kannte, aber gut, im Großen und Ganzen dauert das, wenn man sich Herausforderungen stellt, bis man weiß, wie man unter Stress reagiert, was wirklich das Ding ist. Manche Glückliche wissen das ganz jung. Ich wusste das auch, aber daraus ist nichts geworden. Erzähle ich später. Drittens, Entrepreneurship braucht normalerweise Zeit. Kopf schlägt Kapital, wie Professor Faltin getitelt hat und das stimmt. Der Kopf muss da sein, nicht das Kapital. Aber unterschätzen Sie den Zeitfaktor nicht, unterschätzen Sie den Faktor der Willensenergie nicht, die Sie wirklich brauchen, um Entrepreneur zu sein. Dann viertens, in Anlehnung an ein Buch, was letztes oder vorletztes Jahr rauskam, das hieß, Älter werden ist nichts für Feiglinge. Entrepreneurship ist nichts für Feiglinge. Da kommen nämlich ziemlich harte Sachen zwischendurch hoch. Fünftens, und damit meine Gegenthese zum eben geäußertes, nicht jedermann hatte das Potenzial zum Entrepreneur. Wenige haben das. Es ist eine harte Sache. Sie müssen sich der Sache wirklich sicher sein. Professor Faltin sprach von einem Prekariat von Selbstständigen. Ja, also Entrepreneurship braucht schon besonders viel Energie. Es ist die befriedigendste, die tollste Sache der Welt, aber ich glaube nicht, dass es für jedermann ist. Es gibt so viele Leute da draußen, die wollen einfach nur ihren Job machen. Ich merke das selber im Unternehmen, wenn ich selbst bei diesen 12, 14 Leuten auf Intrapreneurship dränge, also auf mehr unternehmerische Handeln im Hause selber. Aber das ist eine verdammt harte Nuss. Die kriegen Sie nicht immer durch. Sechstens, Entrepreneurship ist kein Allheilmittel. Entrepreneurship hat in der Welt unglaublich viel bewegt, aber es ist nicht das einzige Organisationsprinzip dieser Welt. Und siebtens, Entrepreneurship ist die beste Sache der Welt. Also zunächst einmal meine Geschäftsprinzipien, mein Geschäftsmodell, wie ich Unternehmer wurde. Dazu muss ich nochmal kurz ansprechen. Ich hatte eine Vision, als ich junger Mensch war, so mit 16, 17. Ich wollte amerikanischer Außenminister werden. Oder zumindest Staatssekretär, so irgendwie in der Art. Aber da habe ich gesagt, da musst du natürlich einen Doktor an der amerikanischen Aiwilig machen, du musst Amerikaner werden und so weiter und so fort. Ich habe gedacht, da fallen die wirklichen Entscheidungen, da willst du irgendwie dabei sein. Hier in Europa wird ja nichts mehr entschieden. So, ja. Das ging dann nicht so einfach. Mein Vater starb, als ich 18 war. Wir hatten nicht genug Geld. Das ist ein klassisches, kleinbürgerliches, bildungsbürgerliches, wie auch immer, Elternhaus. Und dann kam die Bundeswehr und dann habe ich in Köln angefangen. Da war ich 86. Mit 22 hatte ich es soweit gebracht über diverse Stipendien, dass ich ein Jahr in Washington verweilen durfte. Und da auch im Kongress praktiziert habe. Und zum Beispiel das Bestätigungsharing für Greenspan noch mitbekommen habe. Das damals war Washington ja noch etwas offener. Ich hätte auch im Anschluss da bleiben können und mein MBA machen. Und dann wäre ich mit 1987 oder so fertig gewesen. Bin aber aus persönlichen Gründen, meine Mutter war etwas depressiv und auch durchaus auch aus Laufbahnerwägungsgründen zurückgekommen, weil ich hier einen Professor hatte, der ein sehr gutes Standing hatte, der mich dann vielleicht bei einer Ivy League unterbringen konnte. Also Harvard, Princeton, Yale, Stanford und so weiter hat dann auch geklappt, hat aber dann dazu geführt, dass mein Zielsystem ans Wanken kam. Denn Geld ist mir nicht wichtig. Das können Sie mir jetzt abnehmen oder nicht. Sie brauchen aber heutzutage Geld. Das ist ein kleines Dilemma. Sie brauchen Geld, Einfluss, Gestaltung, nennen Sie es auch Macht, ist mir egal. Das Wort ist zwar verpönt, aber das sind Dinge, die auch reizen können. So Unabhängigkeit, Gestaltungsmöglichkeiten. Dann saß ich 86, weiß ich, war so ein Aha-Erlebnis, saß ich in Barcelona im Kino und habe den Terminator auf Spanisch gesehen. Ich habe gedacht, der Schwarzenegger macht das doch gar nicht so schlecht. Der ist in den Medien, der verdient viel Geld, der hat eine Basis, eine materielle Basis und kann dann im Prinzip tun, was er will. Und damals wurde er schon als Gouverneur von Kalifornien gehandelt. Also irgendwie schon Inspiration in gewisser Weise. Ich habe gedacht, naja, mit dieser politischen Laufbahn, Politikberater oder so, das ist eher Bürokratie heutzutage, da bist du auch zu abhängig. Ich muss dir schon sowas suchen, wo du auch eine eigene materielle Basis aufbaust. Und das hat dann noch eine Weile gedauert. Wie gesagt, ich war als Unternehmensberater, als Verwaltungsberater tätig, etc., etc. Und dann bin ich für meine erste Assistant Professorship zurück in die USA, 1998. Und naja, im September habe ich angefangen und im November hatte ich dann die Idee zu meinem Unternehmen und wollte nach Deutschland zurück. Also war ich in Boston und dann kam die Idee. Ich hatte nämlich, es war gerade diese Zeit, wo natürlich das Geld auf der Straße lag, wo die New Economy vielen den schnellen Reichtum bescherte. Das war natürlich verlockend. Aber ich hatte eine Finanzwebseite gesehen im Internet, Motley Fool, die sehr intelligent Aktien analysierten, nach ehrlichen, aber auch frechen Grundsätzen und damit quasi auch einen Erziehungsbildungsauftrag für Privatinvestoren wahrnehmen wollten. Und gesagt, das könnte dein Ding sein. Das war jetzt sozusagen wirklich eine Initialzündung. Das wollte ich nach Deutschland holen. Das war jetzt Ende 98, da gab es zwei Europavertreter in London, etwas jünger als ich, sprachen beide perfekt Deutsch und ich wollte dann immer mit den Gründern in Virginia sprechen und die waren sehr nett, die beiden. Es hat aber ungefähr fünf Monate gedauert, bis ich kapiert habe, dass die alle möglichen Interessen hatten, nur nicht das Interesse, den Orte in Deutschland zu etablieren. Denn wenn da eine starke deutsche Tochtergesellschaft entstanden wäre, dann wäre ja die englische Europa-Zentrale massiv abgewertet gewesen. Also daraus habe ich nach langen und wiederholten schmerzhaften Erfahrungen ähnlicher Natur ein Geschäftsprinzip gemacht, spreche nur mit dem Entscheider. Kein Bullshit, also bitte, ich will jemanden haben, von dem ich eine Aussage bekomme, ja oder nein. Und das gilt auch für die Kundenbeziehungen, die wir haben. Also die Kunden bitte sollen sich entscheiden, sollen ja oder nein sagen, auch laufend, aber ich will klare Aussagen. Dieses Taktieren, das es ja auch im Unternehmensumfeld gibt, das passt zumindest nicht zu meiner Persönlichkeit. Ich habe dann ein Team von vier bis fünf Freunden aufgebaut, die ich so kannte. Ein kleiner Verleger, zwei, drei andere, die ich aus dem Job kannte. Und dann sind wir dann tatsächlich nach Alexandria gereist, um denen das deutsche Team vorzustellen und zu hoffen, dass dann die Muttergesellschaft da was Deutsches aufbaut. So und dann war es nachher so, dass das Konzept ganz interessant war und auch den Kollegen da oder den Gründern zusagt, haben sie gesagt, ja, das Konzept und dein Team nehmen wir, dich aber nicht. Ja, sie müssen die organisatorischen Dinge, auf dem Auge bin ich leider nicht immer so sensibel, muss man berücksichtigen. London hatte kein Interesse daran, einen starken Otte sich reinzuholen, vielleicht sagen die Gründer selber nicht. Ich wollte ein paar Unternehmensanteile in Deutschland, das wollten die auch nicht, die wollten Angestellten, das hätte man vielleicht auch früher klären können. So stand ich da, dann ging ich zu Wall Street Online, wollte da eine hochwertige, fundamental-analytisch orientierte Community aufbauen. Wir können sagen, das ist ja Spinnerei, war es auch. So, das ging dann ungefähr sieben, acht Monate, da hat man sich da vorgerichtlich geeinigt, ist wieder auseinandergegangen und dann hat Freenet tatsächlich im Herbst 2000 eine Million D-Mark investiert. Und dann wollte man mich aber, oder das Unternehmen, diese Tochtergesellschaft, an der ich 25 Prozent hielt, im Frühjahr 2002 entsorgen. Da brach alles zusammen und die hatten richtig, richtig Bammel. Ich meine, die ganze Szene war sozusagen im Rückwärtsgang und dann, naja, wie kriegen wir den los? Und dann hatte ich noch einen Fusionspartner gebracht und dann haben die gesagt, fusionieren wir die beiden Unternehmen und Otte legt sein Amt nieder und ist raus. Das war so deren Vorstellung, weil der Laden eben noch etwas defizitär war. Das wollte ich aber nicht, dann ging das hin und her und ging hin und her und dann bin ich zum Insolvenzrichter gegangen. Das hat ihnen natürlich gar nicht gefallen, dass da ein Professor, ein Beamter und so weiter so frech ist und tatsächlich Insolvenz für eine Tochtergesellschaft anmeldet. Aber das habe ich in Kauf genommen, um meine Idee zu retten. Und dann habe ich mit einem neuen Partner, der Unvista AG, die Insolvenzmasse völlig korrekt daraus gekauft. Aber das Ganze hat natürlich bei Freenet ein paar Leute geärgert und dann gab es wirklich zwei, drei Jahre existenzbedrohende gerichtliche Nachspiele. Ich habe meine Gitarrensammlung verkauft, ich sammle alte E-Gitarren und so. Also es war keine ganz einfache Zeit. Aber in der Zeit hat sich das Geschäftsmodell weiterentwickelt. Nicht die Mission, nicht die Vision. Es war alles zusammengebrochen, mit Finanzverlag alleine war kein Blumentopf zu reißen. Ich hatte angefangen, Privatkunden in der Vermögensverwaltung und Vermögensberatung zu bedienen. Zum Teil für 200 Euro, ein ganzes Jahr oder so. Das ist für einen viel Geld, aber wenn Sie dann überlegen, was da an Arbeit dahinter steht, war es natürlich lächerlich. Aber diese Zeit, auch diese Zeit ziemlich am Boden, hat mir geholfen, da meine eigenen Beratungskonzepte völlig unabhängig von dem, was so in der Branche läuft, zu entwickeln. Wirklich zu experimentieren. Und OnVista, gut, da gab es dann jemanden, der sich wiederum vor mein Team stellt und sagte, der Professor Otte ist gut für die PR und das Geschäft machen aber wir. Ging das auch auseinander, wurde ich Ende 2002 schon gezwungen, die Beteiligung an diesem Joint Venture an OnVista zu verkaufen und dann gab es auch noch zwei, drei gerichtliche Nachspiele und dann hatte ich mich endlich so weit freigeschwommen und hatte mein eigenes Unternehmen. Was sind die Geschäftsprinzipien des Unternehmens? Und es hat eben lange gedauert, bis ich wirklich gemerkt habe, was ich machen wollte, also als es mit dem amerikanischen Außenminister nicht geklappt hat, muss man sich erstmal umorientieren und so weiter. Und es ist in der Tat so, ich weiß nicht, ob Sie zufällig vor zehn Tagen diese Anne-Will-Kiste gesehen haben, wo ich da war, der John Kornblum, der frühere Botschafter, sprach über die Deutschen und was ihm dabei, was ihm bei den Deutschen auffällt oder was er da an denen mag. Und dann sagte Kornblum, die Ehrlichkeit, manchmal zu ehrlich. Gut, das ändert sich im Moment auch in Deutschland, aber es ist doch eine deutsche Kerntugend. Und die war es immer. Man spricht vom Deutschen Michel und so weiter. Also das ist in der heutigen Businesswelt vielleicht nicht mehr so modern, aber ich versuche ehrlich zu sein, dass es natürlich ziemlich hart ist manchmal im Geschäftsleben, dass es Auseinandersetzungen gibt, dass es auch taktisches Verhalten gibt, alles okay. Aber ich versuche niemanden hinters Licht zu führen oder Werte aufzublähen, die nicht da sind, dann wachse ich lieber langsam. Es ist ein Versuch, es gelingt meistens, auch nicht immer, aber doch fast immer. Mich hat auch getrieben etwas zu tun, was sinnvoll ist. Also wenn ich sehe, wie die Finanzbranche arbeitet, dann ist es sicherlich sinnvoll mit vernünftigen Lösungen, dem normalen Bürger was zu liefern, wie er da sich noch zurechtfinden kann. Zum Beispiel im Moment sagen alle, gestern noch der Taxifahrer, hör mir bloß mit Aktien auf. Meine Frau, wenn ich denn nur mit Aktien komme, die steigt mir aufs Dach und so weiter. Damit hat der deutsche Privatanleger den letzten Aufschwung verpasst. Es gab diese Sache 2000, wo alle Aktien wollten. Unser Ding ging es rauf und runter im DAX und rauf und runter und mittlerweile sind alle so verunsichert, dass das Geld im Festgeld liegt, wenn jemand was hat. Inflation ist 4, 5 Prozent, die echte, nicht die, die Sie in der Regierungsstatistik sehen. Zinsen 1 oder weniger macht 3 Prozent Minus, macht 25 Prozent Minus in 10 Jahren, 40 Prozent Minus in 15 Jahren. So werden die deutschen Sparer, und das sind immerhin Bürgerinnen und Bürger, das ist die Mittelschicht, werden die deutschen Sparer hinters Licht geführt. Also irgendetwas Nützliches. Versuchen beim Vermögensaufbau zu helfen. Ich habe irgendwann kapiert, dass das mit dem Verlag alleine nicht ging und dass man tatsächlich Beratungskunden braucht, was ich nie wollte. Dann, was mich interessiert, ist Menschen ein Stück weit begleiten, voranbringen, also ich habe den Beruf des Professors ja auch nicht umsonst gewählt, das ist eine verdammt schwere Sache, also Menschen entwickeln. Sie können eine Vorlesung halten vor 700, 800 Leuten, aber Menschen wirklich entwickeln, Führungskräfte entwickeln, Fachkräfte entwickeln, und zwar im Tagesgeschäft, da schaffen sie vielleicht einen pro Jahr, also wenn sie so drei parallel machen oder vier, also wirklich Human Resource Development, das dauert. Also die Umsetzung dieses Geschäftsmodells, Privatanlegern mit im Mittelstand, Unternehmer, klassische Familienunternehmer zu helfen, bei der Kapitalanlage, die Mischen, das hat dann verschiedene Permutationen erreicht, wollte also nie Beratung machen, dann hatte ich die Beratung und wollte nie einen Fonds machen, dann kam der Schweizer Partner und sagte, probiere doch mal mit dem Fonds, jetzt sind es zwei mittlerweile, aber dabei bleibt es dann auch, denke ich mal, weil ich 50 werde und da hat man irgendwo dann doch den nächsten Schritt im Kopf. Die Mission ist immer geblieben, die Vision ist immer geblieben, die Strategie, die Produkte haben sich geändert, um diese Grundgedanken weiterzubringen. Ein Geschäftsprinzip neben Ehrlichkeit ist Vertrauen. Ich gebe erst mal Vertrauen und das wird sehr schnell heutzutage falsch ausgelegt. Das hat mich vielleicht auch zu ein paar mehr Rechtsstreiten geführt, als es notwendig war. Und dann merken die Leute doch, da steckt aber eine Idee dahinter, da steckt Härte hinter, da steckt auch Durchsetzungsfähigkeit hinter. Aber es dauert manchmal, bis das gemerkt wird. Die Umsetzung im Unternehmen finden Sie Unternehmer im Unternehmen. So ein bisschen ist das zweischneidig, also wenn Sie sehr vertriebsorientierte Menschen haben, die auch gut sind zum Teil, dann mangelt es manchmal ein bisschen an der Ehrlichkeit und manchmal, wenn Sie sehr ehrliche Menschen und gute Fachkräfte haben, dann mangelt es manchmal ein bisschen am Unternehmertum und an der Vertriebsorientierung. So, wie kriegen Sie das jetzt zusammen? Ist eine laufende, dauernde Herausforderung, die ich immer noch habe. Mittlerweile, aber wie gesagt, steht das Ding, glaube ich, so weit sicher und ist auch schön profitabel, dass man wirklich die nächsten Stufen angehen kann. Professor Faltin sprach davon, dass man schlank bleiben muss. Damit Sie mal so einen Organisationsentwicklungsprozess sehen, ich habe fünf Chefsekretärinnen, Assistentinnen verschlissen. Ja, ich habe immer geguckt, bitte, ich kann nicht so teuer einkaufen, ich kann ordentlich zahlen. Guckst du da in die Bewerbung, also drei der Trennungen waren sehr einvernehmlich, zwei nicht ganz so und habe gesagt, wie kriege ich das bei diesem kleinen Laden hin mit Job Enlargement, dass da wirklich richtig Leistung kommt, indem ich delegiere, Freiräume gebe, mache das und gucke, was rauskommt. Bis ich kapiert habe, dass auf die Bewerbung Chefsekretärin, auch Vorstandsassistentin kommt, ein bestimmtes Profil, das funktioniert da nicht. Der Job ist einfach zu schwer. Du kriegst die Leute nicht so weit, wie du sie haben willst. Und jetzt bin ich sehr happy, jetzt macht den Job eine Rechtsanwältin, eine junge Mutter, die gesagt hat, ich mache das gerne, ich organisiere gerne, ich möchte nicht die ganze Zeit Prozesse führen und mich streiten. Also bis ich gemerkt habe, wenn ich da schlank bin, dann brauche ich wahrscheinlich tatsächlich einen Akademiker, Akademikerin, denn der Job ist schon ziemlich anspruchsvoll. So und so kann ich Ihnen die einzelnen Unternehmensfunktionen durchdeklinieren. Das hat oftmals drei, vier, fünf Anläufe gebraucht, bis ein Team steht, bis ein Job richtig besetzt ist. Und natürlich behalten wir das Personal im Haus, also die Personalauswahl, Training und so weiter. Also Menschen entwickeln, macht mir Spaß, ist auch ein Teil meiner Motivation, ist aber ziemlich hartes Geschäft und dauert lange. Eine Idee an den Markt bringen, dafür viel Geld einsammeln, geht schneller. Aber zum Thema Kapital sage ich Ihnen dann am Ende auch noch was. Vertrauen, Langfristigkeit, wie schwierig das einfach ist, wenn Sie klassisches Management by Objectives sehen. Also der Aufgabenbereich, der jemandem zugedacht ist und die Fähigkeiten dieser Person und die Entscheidungskompetenzen dieser Person müssen ja sich quasi überdecken. Die müssen einen ähnlichen Bereich abdecken. Also Sie geben Aufgabenbereich A ab, Geschäftsführung, Verlag. Da muss die Person das auch stemmen können oder zumindest reinwachsen können und die Person muss entscheiden dürfen. Bis Sie das aber in einem schlanken Team so sich gebastelt haben, dass es passt. Da vergehen Jahre. Da vergehen Jahre. Und dann, wenn es nicht klappt, muss man natürlich auch Härte und Konsequenz zeigen. Ich tue mich da meistens etwas schwer mit am Anfang. Ich probiere es noch vielleicht einmal zu oft. Vielleicht, aber irgendwann ist dann auch natürlich der Ofen aus. Da wäre es wahrscheinlich, aber so bin ich halt. Kann ich auch nicht mehr ändern. Mit 50 ändert man sich nicht mehr so viel. Da ist es natürlich besser, wenn Sie merken, was funktioniert nicht, auch im menschlichen Bereich, auch im Team, dass man da unter Umständen schneller die Konsequenzen zieht. Es bringt nichts. Es bringt nichts. Das ist das Fazit aus all den vielen Versuchen, wo ich dann vielleicht doch noch versucht habe, Dinge hinzubiegen im Unternehmen. Da wird eben weitergemacht. Dann gibt es immer jemanden, der passt, wenn es auch schwer ist, den zu finden. Ein Wort zur Gründerszene heute. Kopfschlägt Kapital, ganz klar. Aber Kapital ist ein scheues Reh. Und Kapital ist unendlich viel in der Welt vorhanden im Moment, aber oftmals nicht das Kapital, was Gründer wirklich brauchen. Nämlich Kapital, was langfristig in eine Idee geht, in einen Menschen, der davon überzeugt ist und der das auch durchzieht. Ich habe mein Unternehmen mit null Kapital begonnen, null Eigenkapital, null Fremdkapital und Sie sehen, wie viele Querschläge, wie viele Fehlschläge, wie viel Scheitern war, bis dann das Ding sich freigeschwommen hatte, hat dann einfach Zeit gebraucht. Also Zeit und Kapital und Unabhängigkeit sind natürlich drei Größen, die irgendwo vielleicht auch zum Teil substituierbar sind. Aber wenn Sie unabhängig bleiben wollen und wenn Sie noch kein Kapital haben, dann ist es vielleicht nicht so gut, auf die Lotterie zu schielen, welcher Kapitalgeber gibt mir jetzt den großen Batzen, dann fangen Sie lieber klein an und nehmen sich Zeit, wenn Ihnen der Job Spaß macht. Denn was machen Sie denn, wenn Sie dann das ganze Geld haben? Also ich kenne viele Leute aus der Zeit, ich war damals schon ein Oldie, ich habe die Zeit 99, 2000 miterlebt, da war ich Anfang 30 und die echten Entrepreneure waren Anfang 20, also ich war ein Oldie, hatte meinen ersten Professorship und wie viele von denen haben 150, 200 Millionen gemacht oder auch nur 30 oder 20 und sind auf dem Trip geblieben, immer die nächste Idee pushen zu wollen, das kann funktionieren, aber viele werden nicht die nächste Idee haben, denn seit mittlerweile fast 13 Jahren haben wir eine ziemliche Kapitalknappheit. Dieses viele Kapital, was sich bei den Superreichen sammelt, ist auch nicht wirklich Unternehmerkapital, das ist Rentierskapital, das will eine schnelle, risikolose, möglichst risikolose Verzinsung. Das wird aufgrund von Netzwerken vergeben, aufgrund von wie auch immer, also wenn Sie überlegen, in diesen Family Offices sitzen keine Unternehmer, da sitzen Kapitalverwalter, zumindest größtenteils. Anwesende ausgeschlossen. So, die wollen gut aussehen bei denjenigen, dessen Kapital sie verwalten, also möglichst wenig Risiken und so weiter, also und dann gab es natürlich auch noch diese Angel-Treffen, auch damals vor 10, 12 Jahren, die waren oftmals auch dazu da, Ideen abzugreifen und dann waren sie ihre Idee los und das war es dann auch. Also Kapital ist knapp, echtes Unternehmerkapital ist so knapp wie nie. Die Welt erstickt im Reichtum, weil sich immer mehr bei den Superreichen sammelt, es gibt jetzt ein neues Buch, Christoph Rieland, 0,1 Prozent, da entsteht eine neue Adelsschicht, die sich alles leisten kann, wirklich alles leisten kann, für die auch normales Recht und Gesetz nur noch beschränkt gelten. Aber dieses Geld jetzt, die Pipelines zu den neuen, zu den jungen Unternehmern, die sind nicht so dick, wie man das vielleicht in der offiziellen Propaganda hören möchte. Also wenn Sie jemanden finden, all the power to you, das ist eine tolle Sache, aber setzen Sie nicht nur auf den Kapitalgeber. Ich war vor drei, vier Jahren auf einem sogenannten Unternehmertag, da waren dann auch Präsentationen hoffnungsvoller junger Unternehmer und nach dem 20. Ballerspiel bin ich rausgegangen. Das war also die Masche der Zeit, man machte irgendwelche Kriegsspiele interaktiv für den Computer, das war Entrepreneurship, so, weiß ich nicht. Also Entrepreneurship ist auch, also diese Kapitalszene ist sehr zyklisch. Vor zehn Jahren floss Geld in Biotechnologie rein, ohne Ende, wurde gehypt, war die große Zukunftskiste und letztes Jahr sprach mich ein doppelpromovierter Betriebswirt und medizinischer Doktor an, der einen Venture-Kapitalfonds leitet für Biotechnologiebeteiligung, hat gesagt, ja früher kam das Geld so, jetzt haben die Unternehmen das investiert, es gibt auch erste Forschungsergebnisse, aber jetzt haben die alle nasse Füße bekommen, jetzt gibt es kein Geld mehr für die Biotechnologie. Verlassen Sie sich nicht so sehr auf Kapitalgeber, Sie sind dann sofort abhängig und die Bankenszene, die Banken geben schon gar kein Kapital, Kredite, wenn Sie mal einen haben wollten für Unternehmergründung, da wissen Sie, wie schwer das ist, also es ist nicht unmöglich, aber es ist zumindest schwierig. Ich sage Ihnen das nur als Mahnung, auf welchen Weg Sie sich einlassen, wenn Sie Entrepreneur werden wollen. Natürlich gibt es immer die Stars, die durchstarten, die richtig schnell richtig viel Geld verdienen, aber Entrepreneurship ist eine Lebensaufgabe, ist auch eine Charaktereigenschaft, die können Sie eigentlich überall anwenden. Also dann darf ich doch nochmal kurz anhand dieser kurzen Reflexion meine sieben Punkte wiederholen, wähle den Job oder das Unternehmen, das du gewählt hättest, wenn du bereits reich wärst. Irgendwann, wenn Sie den Unternehmer in sich haben, bricht der durch, können Sie gar nicht verhindern, aber machen Sie es doch bei der Sache, die Ihnen Spaß macht und dann warten Sie eben zwei, drei Jahre länger. Ist vielleicht nicht das Verkehrteste. Kenne dich selber und belüge dich nicht selbst. Also ich habe in den letzten 13, 14 Jahren, gut, ich habe ordentlich immer mal wieder auf den Deckel bekommen, wie Sie gerade gehört haben, vieles an mir entdeckt und hoffe, dass ich, ich habe jetzt im Internetforum gelesen, er produziert sich gerne selber, na gut, ist halt so, aber ich glaube schon, dass ich mich selber sehr kritisch sehe. Und, oder keiner kann über Wasser gehen, auch Professor Otte nicht, also ich hätte am liebsten zurückgeschrieben, also wenn das einer weiß, dann weiß ich selber mit den ganzen Fehlschlägen, die dabei waren. Und wenn es so rüberkommt, dann kommt es eben so rüber. Ich hoffe bei Ihnen nicht. Also belüge dich nicht selber. Entrepreneurship braucht Zeit oder Kapital. Aber wenn Sie kein Kapital haben, dann braucht es Zeit. Machen Sie sich nicht zu abhängig von Kapital. Entrepreneurship ist nichts für Feiglinge. Es werden Zeiten kommen, wo Sie sich wünschen, etwas anderes, einen anderen Weg gewählt zu haben. Nochmal die Gegenthese, zur eben geäußerten These. Entrepreneurship ist eben nichts für jedermann oder jede Frau. Prüfen Sie sich kritisch. Aber wenn das Gehen in Ihnen ist, dann umso besser. Vollgas voraus. Entrepreneurship ist kein Allheilmittel. Und siebtens, Entrepreneurship ist die beste Sache der Welt. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Applaus Applaus